In diesem Tutorial werden wir uns die Volumenberechnung mit Hilfe des Vektorprodukts anschauen und zwar in Bezug auf einen Spad bzw. 3- und 4-seitige Pyramiden. Bevor wir uns die Volumenberechnung anschauen, sollten wir uns zuerst an die Flächenberechnung mit Hilfe des Vektorprodukts erinnern. Es ging da in erster Reihe um den Flächenhalt eines Parallogramms, so wie hier abgebildet, und wenn man diesen Flächenhalt bestimmen möchte, sollte man ausgehend von einer Ecke des Parallogramms zwei Vektoren bilden und die passende Formel für den Flächenhalt sah dann so aus. Also, wir haben hier das Kreuzprodukt oder das Vektorprodukt zwischen diesen zwei Vektoren und davon den Betrag oder die Länge des Vektors. Alternativ, wenn Bedarf, konnte man mit Hilfe dieser Formel auch den Flächenhalt eines Dreiecks bestimmen. Zur Erinnerung, jeder Dreieck ist die Hälfte eines Parallogramms. Auch hier könnte man sich diese zwei Vektoren A und B vorstellen. Und wenn man die linke Formel halbiert, dann hat man diese Formel für die Flächenberechnung des Dreiecks. Ihr seht ja hier bereits, wie sehr dieses Vektorprodukt die Flächenberechnung von beliebigen Parallogrammen und Dreiecken vereinfacht und abkürzt. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir dieses Vektorprodukt auch bei der Volumenberechnung benutzen können. Bei der Volumenberechnung fängt alles an mit dem Volumen eines Spatz. Ein Spatz sieht so aus. Es ist eigentlich ein Körper, das von sechs Parallogrammen begrenzt wird, das eigentlich offiziell Parallelipiped genannt wird. Und ja, genau wegen dieses Wort nennen wir es auch meistens abgekürzt Spatz. Und das Volumen eines Spatz kann man mit der klassischen Formel V ist gleich G mal H bestimmen. Das bedeutet, Volumen ist gleich Grundfläche, das ist ja die untere Fläche des Parallogramms, mal die Höhe des Spatz. Die Höhe kann man sich hier an dieser Stelle vorstellen. Alternativ, und das ist auch das, was uns wirklich an dieser Stelle interessiert, kann man einen Spatz auch mit diesen drei Vektoren hier aufspannen, A, B und C. Und man kann zeigen, dass das Volumen des Spatz auch durch diese Formel hier bestimmbar ist. Wir haben hier bei dieser Formel also einen Betrag aus dem Vektorprodukt der beiden Vektoren, die die Grundfläche aufspannen, das sind ja A und B, skalar multipliziert mit dem dritten Vektor, hier an dieser Stelle C. Auf die Herleitung dieser Formel werde ich natürlich an dieser Stelle verzichten. Mir geht es in diesem Tutorial nur um die Anwendung, beziehungsweise wie man diese Formel nutzen kann, um das Volumen einer Pyramide zu bestimmen. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Also, wie man das Volumen einer dreiseitigen Pyramide bestimmen kann. Wenn wir wieder auf die linke Figur schauen und die Spitzen dieser roten Vektoren miteinander verbinden, dann können wir ganz einfach eine dreiseitige Pyramide erkennen. Die klassische Formel, mit der man das Volumen ausrechnet, sieht wie rechts abgebildet aus, und zwar ein Drittel mal die Grundfläche der Pyramide mal die Höhe. Ein kleiner Hinweis noch an dieser Stelle, damit keiner mit der Notation durcheinander kommt. VP steht natürlich für das Volumen der Pyramide und auf der linken Seite unten VS steht für das Volumen des Spatz. Okay, jetzt kommen wir zurück zu unserer Formel, die wollen wir noch ein bisschen weiterentwickeln. Und zwar, in erster Reihe interessiert uns natürlich die Grundfläche der Pyramide. Wenn wir unsere Abbildung links anschauen, dann solltet ihr erkennen, dass die Grundfläche dieser dreiseitigen Pyramide genau die Hälfte von der Grundfläche des Spatz ist. Und die Höhe, naja, die bleibt ja gleich. Dieser Spatz hat die gleiche Höhe wie unsere Pyramide. Das bedeutet, wir können die Formel auch weiterhin so schreiben. Also, ich ersetze die Grundfläche der Pyramide mit ein Halb aus der Grundfläche des Spatz. Und diese Formel kann man natürlich noch ein bisschen zusammenfassen. Die Brüche hier vorne, ein Drittel mal ein Halb sind natürlich ein Sechstel. Und Gs mal H, naja, wenn wir auf der linken Seite schauen, ist das genau das Volumen des Spatz. Also, man kann das Ganze auch so zusammenfassen. Alternativ, haben wir bereits besprochen, kann man für diese Volumen des Spatz auch diese Formel hier nutzen. Und das bringt uns dann auf diese Formel, mit dem man jetzt das Volumen von jeder dreiseitigen Pyramide bestimmen kann. Wir interessieren uns allerdings nicht nur für das Volumen von dreiseitigen Pyramiden, sondern auch noch von vierseitigen Pyramiden. Und wir fangen wieder mit unserem Spatz an und die bereits bekannte Formel links unten. Also, in erster Reihe wäre natürlich wichtig, dass wir uns hier an dieser Stelle eine vierseitige Pyramide in diesem Spatz vorstellen. Und ich glaube, das ist ja nicht kompliziert. Die vierseitige Pyramide sieht dann so aus. Und jetzt legen wir wieder auf der rechten Seite los mit der Grundformel. Und zwar ein Drittel mal die Grundfläche der Pyramide mal die Höhe. Diesmal haben wir sogar ein bisschen leichteres Spiel. Und zwar die Grundfläche der Pyramide, könnt ihr mit Sicherheit ganz gut erkennen auf der linken Seite, ist identisch mit der Grundfläche des Spatz. Und die Höhe natürlich auch. Deshalb können wir die Formel auch so hinschreiben. Und jetzt wissen wir bereits von der vorherigen Formel, dass Gs mal H eigentlich das Volumen dieser Spatz ist. Und zwar sieht die Formel dann so aus. Wenn wir Vs jetzt, Volumen des Spatz, damit ersetzen, haben wir natürlich auch eine Formel für die Berechnung der vierseitigen Pyramide. Damit wir nicht mit der ganzen Formel durcheinander kommen, habe ich das Ganze nochmal kurz zusammengefasst. Also, als erstes haben wir das Volumen eines Spatz gesehen. Und das kann man entsprechend mit dieser Formel hier ausrechnen. Dann das Volumen einer dreiseitigen Pyramide. Das hat einfach ein Sechstel vorne. Und das Volumen einer vierseitigen Pyramide hat ein Drittel vorne. Wie man diese Formel anwendet, sehen wir gleich anhand einer Beispielaufgabe. Und hier ist unsere Beispielaufgabe. Ich werde kurz die Aufgabenstellen überfliegen. Die Punkte A, B, C, D und S sind die Eckpunkte einer Pyramide, wobei ihre Grundfläche A, B, C, D ein Rechteck ist. Bestimme das Volumen der Pyramide und ihre Höhe. Natürlich wäre es nicht verkehrt, wenn wir uns die Pyramide wenigstens als Planskizze vorstellen. Und es handelt sich hier an dieser Stelle um eine vierseitige Pyramide. Kann man auch daran erkennen, dass es fünf Ecken gibt. Wir werden anfangen, das Volumen zu berechnen. Und dafür haben wir natürlich eine Formel kennengelernt vorher. Jetzt brauchen wir nur diese drei Vektoren A, B und C auch in dieser Pyramide. Ausgehend von der Ecke A, weil ich mich jetzt so entschieden habe, werden wir diese drei Vektoren jetzt bilden. Wir bilden also zuerst die Vektoren A, B, A, D und A, S. Das machen wir hier an der Seite. Als erstes Vektor A, B. Das bedeutet vereinfacht gesehen B minus A. Wir schauen oben ab die Punkte und ziehen sie voneinander ab. 2 minus 2 ist 0, 4 minus 0 sind 4 und 0 minus 0 ist 0. Dann A, D. Das ist natürlich dann D minus A. Minus 2, minus 2 sind minus 4, 0 minus 0 ist 0 und 3 minus 0 sind wiederum 3. Und der letzte Vektor noch, A, S. Das ist dann natürlich S minus A. 0 minus 2 sind minus 2, 2 minus 0 sind 2 und 6 minus 0 sind 6. Damit wir nicht die Übersicht verlieren, sollten wir als nächstes die Formel aufstellen, in Abhängigkeit von dieser drei Vektoren. Also ich schreibe hier an der Seite, V ist gleich ein Drittel mal Betrag von... Die Vektoren klein A und klein B sind bei uns AB und AD, also in Klammer AB kreuz AD und das Ganze dann skalar multipliziert mit dem Vektor AS. Und natürlich könnten wir auch alles in dieser Formel jetzt einsetzen, aber ich bevorzuge das Ding teilweise zu bestimmen oder stückweise zu bestimmen. Das heißt, zuerst rechnen wir AB kreuz AD. Also hier an der Seite, AB kreuz AD. Und ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Vektorprodukt auszurechnen. Ich werde jetzt die übliche Nebenrechnung benutzen. Es gibt natürlich auch eine Formel, aber die ist nicht so günstig, also lieber das hier. Wir schreiben die zwei Vektoren zweimal untereinander, also 0, 4, 0, 0 und dann der zweite Vektor AD ist minus 4, 0 und 3, minus 4, 0 und 3. Wir streichen die erste und die letzte Zeile weg und fangen an über Kreuz zu multiplizieren. Das bedeutet als erstes 4 mal 3 sind 12, minus 0 mal 0 ist 0. Danach können wir auch zusammenfassen. Nächste Stufe, 0 mal minus 4 ist 0, minus 0 mal 3 sind ebenfalls 0. Und die letzte Runde, 0 mal 0 sind 0, minus 4 mal minus 4 sind minus 16. Wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen, dann haben wir als Ergebnis 12, 0 und 16. Und das ist auch unser Vektorprodukt an der Stelle, also 12, 0 und 16. Gut, als nächstes können wir dann gleich in die Formel einsetzen und sagen 1 Drittel mal Betrag aus 12, 0 und 16. Skalar multipliziert mit dem Vektor AS und AS hatte die Koordinaten minus 2, 2 und 6. Natürlich bestimmen wir zuerst oder berechnen wir zuerst dieses Skalarprodukt. Sieht dann so aus, jede mit jeder Koordinate multipliziert und schön alles zusammengezählt. 12 mal minus 2 sind minus 24 plus 0 mal 2 sind 0 und plus 16 mal 6 sind natürlich 96. Jetzt fassen wir alles zusammen und dann haben wir 1 Drittel mal 72. Und wenn wir natürlich 72 durch 3 teilen, kommen dann 24 raus. Es werden in diesem Fall 24 Volumeneinheiten. Damit hätten wir schon das Volumen dieser Pyramide. Als nächstes wollen wir natürlich noch die Höhe der Pyramide bestimmen. Wie rechts abgebildet ist das diese grüne Strecke hier. Und um diese Höhe möglichst schnell zu bestimmen, sollte man sich an die Grundregel der Formel für die Volumenberechnung erinnern. Die haben wir auch schon am Anfang dieses Tutorials gesehen. V ist gleich 1 Drittel mal die Grundfläche mal die Höhe. Also die Höhe hier suchen wir. Volumen haben wir, haben wir bereits bestimmt mit 24 Volumeneinheiten. Was wir noch brauchen ist natürlich die Grundfläche. Bei der Grundfläche, so wie es oben in der Aufgabenstellung steht, handelt es sich um ein Rechteck. Aber nicht verzweifeln, auch dieser Rechteck ist eigentlich ein besonderer Parallogramm. Und die Fläche eines Parallogramms, zur Erinnerung, unten rechts, kann man mit dieser Formel hier bestimmen. Und das haben wir mehr oder weniger schon ausgerechnet. Also das wäre ja das Vektor oder Kreuzprodukt der Vektoren AB und AD. Und das war bei uns schon dieser Vektor hier 12, 0 und 16. Also das können wir ja nutzen und sagen, für die Grundfläche haben wir dann Betrag aus diesem Vektor 12, 0 und 16. Und das wird ja für uns nichts anderes als, wir müssen die Länge dieses Vektors bestimmen. Zur Erinnerung, die Länge eines Vektors wird mit der Wurzel hier ausgerechnet und zwar 12 ins Quadrat plus, naja, schreiben wir hier ausführlich hin, 0 ins Quadrat plus 16 ins Quadrat. Und wenn ihr das Ganze in den Taschenrechner eintippt oder auch so ausrechnen, das sind ziemlich gute Zahlen, kommen wir auch 20. Und das sind dann 20 Flächeneinheiten offiziell. Und das können wir jetzt nutzen, oben in die Formel einsetzen und entsprechend nachher umformen. Also Volumen kennen wir schon, sind 24. Ist gleich ein Drittel mal die Grundfläche, also mal 20 mal H. Können wir entsprechend erstmal die 3 rüberbringen mit mal 3. Dann haben wir 24 mal 3 sind 72. Ist gleich 20 mal H. Und wenn wir da noch durch 20 teilen, kriegen wir für die Höhe genau 3,6 Längeinheiten. Und damit hätten wir auch die Höhe dieser Pyramide bestimmt. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In Zusammenhang mit dem Vektorprodukt ist natürlich auch die Flächenberechnung von großer Bedeutung, zum Beispiel für die Abiturprüfung. Man kann diesen Vektorprodukt auch bei der Umformung von Ebenen benutzen. Aber es gibt auch noch weitere Anwendungsfälle. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn Euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.